Blockhaus Bei diesem Spiel muss der Kandidat einen Turm aus 18 Küchenpapierrollen bauen. Jede Etage muss dabei aus zwei parallel liegenden Rollen bestehen. Der Turm aus neun Etagen muss für drei Sekunden frei stehen. Schafft das der Kandidat nicht in 60 Sekunden oder missachtet die Regeln, verliert er ein Leben.